Rotkäppchen antwortet, liebe Mutter, ich bleibe auf dem Weg und ich beeile mich, das verspreche ich dir. Dann geht Rotkäppchen in den Wald zur Großmutter. Im Wald trifft Rotkäppchen einen Wolf. Der Wolf ist ein böses Tier. Aber das weiß Rotkäppchen nicht. Deshalb hat Rotkäppchen auch keine Angst vor dem Wolf. Der Wolf sieht Rotkäppchen und sagt, hallo Rotkäppchen. Rotkäppchen antwortet, hallo Wolf. Der Wolf fragt Rotkäppchen, wohin gehst du? Rotkäppchen antwortet, ich gehe zur Großmutter. Rotkäppchen. Rotkäppchen. Vielen Dank.